Jetzt sag ich Ihnen mal was, diese ganz normalen, handelsüblichen Laubbläser, wie man sie in jedem Bläderladen kaufen kann, da schreibe ich so ein Apparator, die sind im Prinzip komplett für den Arsch. Erstens mal muss man es mit zwei Händen bedienen, also kann man schon mal keine Bierflasche in der Hand haben. Und außerdem sind diese Geräte von der Leistung her absolut lächerlich. Das langt ja hinten und vorne nicht. Und darum habe ich mir jetzt einen Laubbläser gekauft, der eines Baumbergers würdig ist. Das ist der neue Blogshop 3000. Ah! Die, 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 die! Der ragt jetzt auf Stufe 1, der geht auf Stufe 6. Jetzt raffern wir noch, will ich. Viel Spaß noch.